Es tut weh, sich daran zu erinnern. Du kannst nicht einfach ein Radiergummi nehmen und das ausradieren. Sie nahmen uns mit, jede in einen anderen Raum, jede Nacht holten sie andere Frauen, manch auch mehrmals. Einer ging, einer kam, einer ging, einer kam. Wenn sie dir gesagt haben, du bist die schönste Frau der Welt, dann war das eine Katastrophe. Ich habe keine Tränen mehr, aber ich werde mich nicht dafür schämen. Ich habe keine Tränen mehr, die wir sehen. Absolut. Ich habe keine Tränen mehr damit. Ich habe keine Tränen mehr. Untertitelung des ZDF, 2020